MP4, Runde 3, Lionade, dich kenn ich doch als Lustkörper von Slash vom Spielplatz Du hast den Zweck gelockt und hast mit ihm was besonderes angefangen oder warum hast du dein Turnier so an die Wand gefahren? Ryan, deine Identitätskrise ballert ja mal übel, der Junge mit Maske, doch ich erinnere mich trübe an die Zeit, in der er glaubt, dass es geil ist, sich nicht zu zeigen und auf den Hype von Figuren hängen zu bleiben Aber Schluss damit, heute stehst du dauernd unter Hochdruck, rappen, cutten und der Video dreht zu Hause mit nem Mundschutz Ich glaub du trägst ihn immer, wie rappst du deine Parts ein, denn du klingst lohnf und du luschst jetzt in Halftime Im Viertel MP4 krieg ich jetzt nen krassen Gegner, nein, ihr seht aus, als könntet ihr Mary Seitenpfleger sein Ryan, als Bernie Jakeson bist du auch scheiße, wie willst du mich mit der Vergangenheit nur rausschmeißen? Willst du deinen Kollegen sidechicken, um mich zu kicken, ist egal, ich werd den ficken, der ist zu dumm um zu blicken, dass die Punches in deinen Text keinen Sinn machen Wird mir aber auch passieren, würd ich den Text hinkacken, macht nur innenslose Phrasen, ich hab da mal ne Frage Habt ihr euch den Text nochmal durchgelesen oder wusstet ihr nicht, dass Spielfilm mit zwei Stunden gehen? Aber Spielfilmlängen-Funk, Merrick ist ne krasse Sache und darum freut euch mal auf die Kamera und sage Wie dann wirklich meine Spielfilmlänge geht, ich euch in meinem Keller fessel und drei Wochen damit quäl Aber ich bin ehrlich nicht gespannt auf das Battle, weil ihr euch nicht voneinander abhebt Und ich wusste nicht, dass ihr ein Team seid und das sind Fakten Shish